Willkommen Leute, euer Gonzo hier. Habt ihr das 13 Fragen Video gesehen von Unbubble über Body Positivity? Das treibt mich sehr um. Mich, weil ich persönlich davon betroffen bin. Nicht von Body Positivity, sondern von den Folgen von Übergewicht. Also ihr wisst, ich rede sehr viel über Gesundheit. Ich rede sehr viel über Sport. Ich teile das sehr gerne. Ich weiß, viele Leute sind genervt, wenn ich das andauernd morgens teile. Ich mache morgens schon Sport. Stehe morgens auf, richtig schön früh und mache da die ersten Trainingseinheiten. Esse dann meine Haferflocken mit Leinsamen, manchmal mit Whey-Protein mit drin und Milch. Und mache mich dann auf zur Arbeit. Oder habe frei und bin trotzdem früh aufgestanden. Das liegt natürlich einerseits an meiner Migräne. Die Zeitumstellung hat mich da auch wieder einiges an Kopfschmerzen gekostet. Ich muss immer denselben Schlafrhythmus haben. Ich darf nicht einfach länger schlafen, nur weil ich einen Tag frei habe. Das heißt, ich habe immer den genau selben Schlafrhythmus. Ich stelle mir jeden Tag einen Wecker. Ich habe für jeden Tag denselben Wecker gestellt. Das ist einfach jeden Tag dasselbe. Ich muss jeden Tag früh aufstehen, ansonsten riskiere ich Kopfschmerzen. Und so habe ich mich an sehr viel gewöhnt, an sehr viel Gleichheit. Jeden Morgen dasselbe Frühstück. Also es muss nicht dasselbe sein, aber zu jeder Zeit das Frühstück. Ich könnte natürlich auch mein Mittagessen morgens essen. Das würde nichts verändern. Aber meine Essen sind soweit geplant. So, ich werde ein Frühstück haben, ich werde ein Mittagessen haben und ich werde ein Abendessen haben. Das ist geplant. Ich plane ungefähr, was ich so essen werde. Frühstück sind Haferflocken und Leinsamen. Abendessen im günstigsten Falle ist mein Quark. Der Quark liegt nicht sehr schwer im Magen. Das ist Magerquark. Und den verdauert man sehr leicht. Und viele Sachen, die ich esse, wenn ich die zu spät abends esse, liegen mir schwer im Magen. Und ich habe Sodbrennen und habe morgens noch ein Völlegefühl. Und habe dann Probleme beim Frühstück, weil ich noch ein Völlegefühl habe. Mir ist schlecht. Aber Quark nicht. Wenn ich Quark spät abends esse, dann ist der morgens einfach weg. So, irgendwas da drin belastet meinen Magen auf gar keinen Fall und der rutscht einfach durch. Irgendwas ist gut an dem, also muss ich dabei bleiben. Wenn das bei euch jetzt zum Beispiel anders ist, dann müsst ihr eine andere Mahlzeit an den Abend packen oder halt früher essen. Ist ja alles möglich. Ihr könnt dann nur sagen, ich kann generell kein Abendessen essen oder generell das nicht essen, weil das würde mir beim Abend nicht gut tun. Dann müsst ihr halt gucken. Es lässt sich ja alles anpassen und ändern. So, kommen wir zu den 13 Fragen. Da waren nämlich, also da waren zwei Parteien. Die eine Partei war ein Arzt und die andere Partei waren alle anderen. Was seltsam ist. Nicht alle. Es waren nicht alle verrückt. Die Sache ist, da waren zwei Übergewichtige. Und diese Übergewichtigen waren ständig nur am Ausredensuchen. Und das ist verdammt ungesund. Das, was die beiden repräsentieren und bewerben, ist einfach verdammt ungesund. Und worum mich das betrifft, ist, ich war verdammt ungesund. Die Sachen sind nicht weg. So, ich wurde krank aufgrund meiner Ernährung. Ich wurde krank aufgrund meines Übergewichts. Und ich musste zum Beispiel operiert werden. Und dadurch, dass ich jetzt abgenommen habe und trainiert bin und fit bin und mich voll bewegen kann, sind diese Schäden in meinem Körper nicht plötzlich verschwunden. Die sind noch da. Aber ihr macht euren Körper kaputt. Und das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Deswegen ganz wichtig, ihr müsst vorher, bevor der Schaden passiert, die Kurve bekommen. Ansonsten müsst ihr mit den Schäden leben für den Rest eures Lebens, wenn ihr es dann noch schafft, die Kurve zu bekommen. Ansonsten ist das Ende eures Lebens gar nicht mehr so weit entfernt. Kann sehr schnell passieren. Wovon ich rede ist, es wird immer wieder, der Arzt sagt, können wir uns darauf einigen, dass Übergewicht ungesund ist und Krankheiten fördert. Und dann sagt dann die Tanja, die neben ihm steht, die sehr übergewichtige und wirklich krass übergewichtige Frau, ich meine das jetzt nicht als Witz, diese Frau ist wirklich krass übergewichtig, die ist fast so breit wie hoch. Das ist nicht gut. Unter gar keinen Umständen ist das gut und es ist nicht gesund und sie wird auf Dauer nicht gesund sein, es wird sie kaputt machen. Da kann sie so sehr es abwiegeln und sagen, muss aber nicht, wird es. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendwas leidet, wenn es auch nur ihre Knochen sind. Wenn es nur ihre Gelenke sind und die sich in ein paar Jahren entzünden. Wenn es nur das ist, kann sie froh sein, aber es wird irgendwas passieren. Und er sagt, dann können wir uns darauf einigen, sie sagt, ja, kann, muss aber nicht, es muss nicht krank machen. Und dann ruft ihr Dicke von der anderen Seite, es kann aber auch bei weniger Gewicht passieren. Das sind Ausreden. Sobald dieser Arzt klipp und klar sagt, können wir uns darauf einigen, dass es krank machen kann, sagen die, ja muss aber nicht und bei weniger auch und überhaupt und das glaube ich nicht. Und es gibt auch Raucher diesen 100 geworden. Das ist dieses von sich wegdrücken der Konsequenzen. Der Arzt sagt, ich nenne dir jetzt deine wahrscheinliche Konsequenz und die Leute sagen, ja muss aber nicht, es muss gar nicht sein, ich glaube nicht daran, ich kann auch 200 Jahre alt werden mit dem Gewicht. Gar nicht wahr alles. Und genau da gibt es sehr viele Leute, die sowas sagen wie, man kann auch krank werden, wenn man schlank ist. Man kann gesund sein, wenn man dick ist. Davon redet keiner. Von dem Jetzt-Zustand redet keiner. Natürlich kannst du jetzt übergewichtig und gesund sein. Natürlich kannst du jetzt schlank und krank sein. Die Sache ist, Übergewicht begünstigt Krankheiten, die ihr normalerweise nicht bekommen würdet, wenn ihr schlank seid. Natürlich gibt es Krankheiten, die jeden von uns ereilen können, egal ob ihr schlank seid oder dick, aber einige eher, wenn ihr übergewichtig seid. Die Krankheitsverläufe, das ist auch noch wichtig, sind auch oft schlechter, wenn ihr übergewichtig seid. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall, jeder Mensch wird auf jeden Fall an irgendwas erkranken im Laufe seines Lebens. Es wird nur mehr sein, wenn ihr dicker seid und es wird schlimmer verlaufen, wenn ihr dicker seid. Also es gibt keine Ausrede dafür, dieses Übergewicht zu behalten. Das könnt ihr nicht schönreden, weil es auf jeden Fall schlimmer ist als das, was euch im Leben sowieso erwartet und euch erwartet sehr viel im Leben. Redet euch nicht schön, dass ihr Krankheiten bekommen könntet, wenn ihr dünn seid, weil das ja im Hinterkopf beinhaltet, aber wenn ich dick bleibe, bekomme ich das nicht. Doch, doch, auf jeden Fall. Die Krankheiten, die du bekommst, wenn du dünn wärst, kriegst du auch, wenn du dick bist. Nur haben die einen schlimmeren Verlauf, wenn du dick bist. Und die Krankheiten, die du bekommst, wenn du dick bist, bekommst du nicht unbedingt, wenn du schlanker bist. So, kommen wir zu meinen Erfahrungen damit, meinen persönlichen. Das sind natürlich persönliche Anekdoten, muss nicht anderen Menschen passieren, aber ich hatte Gallensteine. Und die Ärzte haben sich geweigert, das zu diagnostizieren, weil das nicht in meine Kategorie passt. Ich bin keine Frau, Frauen haben häufiger Probleme mit Gallensteinen, Männer haben seltener Probleme mit Gallensteinen. Vor allem haben aber übergewichtige Menschen Probleme mit Gallensteinen. Und die haben einfach mein Gewicht nicht berücksichtigt. Also die haben, im Gegensatz zu dem, was alle immer sagen, dass Ärzte immer nur auf das Gewicht gucken, haben die Ärzte bei mir nicht gemacht und die haben nicht auf mein BMI geguckt. Die haben nicht geguckt, ob ich übergewichtig bin. Die haben nur gesagt, sie haben das falsche Geschlecht, da kann das nicht sein. Aber ich habe Übergewicht, ich habe eine andere Wahrscheinlichkeit gehabt, die dafür gesorgt hat. Und Gallensteine entstehen ziemlich direkt durch Ernährung. Das sind Verdauungssäfte und die Bestandteile der Verdauungssäfte hängen davon ab, was ihr esst. Und das kann aus dem Gleichgewicht geraten. Das kann durch Krankheit aus dem Gleichgewicht geraten. Es gab aber bei mir keine Grunderkrankung. Oder es kann einfach durch die Ernährung aus dem Gleichgewicht geraten. Also bleibt das nur übrig. Ich habe mich krank ernährt. Ich habe mich selber krank gemacht. Das ist passiert. Wäre nicht passiert, wenn ich anders gegessen hätte. Wenn ich eine andere Körperform gehabt hätte. Weil es halt keine Grunderkrankung gab, sondern es lag daran. Da reiche ich noch gerade einen kleinen Einschub nach. Die meisten Menschen, die Gallensteine haben, bemerken die noch nicht mal. Also da muss ja gar nichts passieren. Bei mir waren die Gallensteine aber wirklich genau so groß, dass sie in den Gallengang rutschen, da eine Verstopfung verursachen und da unter großen Schmerzen durchgedrückt werden. Und natürlich auch dann Verletzungen verursachen. Und es wurde bei mir so oft einfach weggeredet von den Ärzten, weil sie die Steine nicht finden konnten. Eine Untersuchung muss so lange vorbereitet werden, dass der Gallenstein schon raus ist. Und damit ist er nicht mehr auffindbar. Es war also nicht möglich, den Gallenstein auf Richard Tart zu ertappen. Und aus reiner Wahrscheinlichkeit hat man das bei mir ausgeschlossen. Bis es bei mir zu einer Bauchspeicheldrüsenentzündung kam. Denn die Bauchspeicheldrüse teilt sich denselben Gang wie der Gallengang. Und bei Verletzungen kann es dazu kommen, dass die Entzündungen auf die Bauchspeicheldrüse übergreift. Und eine Bauchspeicheldrüsenentzündung ist gefährlich bis tödlich. Denn die Bauchspeicheldrüse erzeugt die ganzen Verdauungssäfte. Und wenn die entzündet ist und diese Verdauungssäfte austreten, würde die Bauchspeicheldrüse nicht nur sich selber verdauen, sondern alle herumliegenden Organe und dann ist Ende. Also Bauchspeicheldrüsenentzündung extrem gefährlich. Und das einfach nur, weil man sich falsch ernährt hat, zufällig die richtige Größe an Gallensteinen erwischt hat und dann Entzündungen auslöst, die den eigenen Organismus zerstören können. Also eine mögliche Todesursache allein durch die falsche Ernährung. Und das ist eine Sache, die wird oft falsch dargestellt. Es wird gesagt, wir können unsere Gesundheit nicht beeinflussen. Was ist denn, wenn ich einen Fliegenpilz esse? Wenn ich meine Gesundheit nicht beeinflussen kann, absolut gar nicht, dann kann ich mich ja auch nicht selber töten. Das würde ja meine Gesundheit beeinflussen. So, und das ist nämlich der Fehlschluss. Natürlich werden wir alle krank und wir können nicht verhindern, dass wir krank werden. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht versehentlich selber irgendwie krank machen können, wenn wir was falsch machen. Das ist wichtig. Wir müssen die Fehler lernen. Wir müssen lernen, was wir falsch machen können, um das nicht zu machen, um die Gefahr der Erkrankung nicht zu erhöhen. Nur weil wir nicht verhindern können, dass wir überhaupt krank werden, heißt das nicht, dass wir nicht auch daran schuld sein können, dass wir krank werden, weil wir was falsch gemacht haben. Denn das passiert ja tatsächlich. Die andere Sache ist natürlich die Thrombose der Krampfader Anfang des Jahres, weil ich halt einfach eine Woche lang im Urlaub da rumgelegen habe und habe Elden Ring gespielt. Ich hatte noch nicht mal einen Stuhl. Ich habe einfach nur im Bett gelegen, weil wir hier keinen Platz hatten. Und natürlich hätte ich mich mit der Krampfader mehr bewegen müssen. Natürlich hätte ich irgendwas zur Kompression tragen müssen, damit das Blut durch die Krampfader fließt, während ich mich bewege. Zur Erklärung, die Krampfader ist eine ausgeleierte Ader, durch die weniger Blut fließt, weil da kein Druck sich mehr aufbaut und durch die anderen Adern im Bein wird das Blut halt transportiert und die wird durch diese Übergröße einfach nicht mehr richtig durchgedrückt. Das Blut bewegt sich nicht. So jetzt, wenn ihr euch bewegt und geht, bei jedem Schritt massieren die Muskeln eure Adern natürlich und pumpen das Blut mit hoch. Die Bewegung der Beine und die Kompression von außen sorgt dafür, dass die Adern alle quasi massiert werden von eurer Muskulatur und durch die Bewegung. Wenn man allerdings ohne Kompressionszeug die ganze Zeit im Bett liegt und sich nicht bewegt, bleibt das Blut natürlich so ziemlich in diesen riesigen ausgeleierten Adern stehen. Und das sorgt für Entzündungen und Klümpchenbildung. Das ist bei mir passiert. Man wird im Alter immer wahrscheinlicher und immer gefährlicher und da musste ich dann schnell operiert werden. Aber dadurch, dass ich generell sehr fit bin, sehr trainiert bin und auch danach wieder sehr früh trainieren konnte, habe ich davon jetzt keine weiteren Schäden. Ich konnte ein halbes Jahr danach einen 5-Kilometer-Lauf machen. Und ich werde auch nicht müde, das zu erzählen, weil das schon eine Leistung ist in meinem Alter mit meiner medizinischen Vorgeschichte, dass ich die meiste Zeit meines Lebens übergewichtig war und mich selber kaputt gemacht habe. Meine Knie waren öfters entzündet, mein Rücken ist abgenutzt. Ich merke heute noch, wenn ich einen Klimmzug mache und den Rücken zu sehr ins Hohlkreuz gehe, merke ich, dass da was scheuert. Ich habe in meinem Rücken irgendwas extrem abgenutzt, irgendwas beschädigt, dadurch, dass ich so lange so übergewichtig war und damit gelebt habe. Und diese Verschleißerscheinungen werden bleiben. Deswegen ist das total gefährlich. Jetzt möchte ich euch eine andere Sichtweise geben. Dieser junge Mann, Doc Felix, ist selbstreflektiert, glücklich, durchtrainiert, fit, intelligent, gebildet und er will einfach nur anderen Menschen helfen, glücklich zu sein. Neben ihm steht die Gesellschaft in Form von Tanja. Sie mag Body Positivity nicht, weil Frauen, die schlanker sind als sie und die sie als schöner erachtet, das Hashtag benutzen und damit ihr die Aufmerksamkeit wegnehmen, die ihr zusteht. Sie ist unglücklich, weil sie nicht das bekommt, was sie will, wovon sie überzeugt ist, es verdient zu haben, aber eigentlich nichts dafür getan hat, außer dick zu sein. Also wir haben hier den glücklichen Motivator auf der einen Seite und wir haben die missgünstige Gesellschaft auf der anderen Seite, die sagt, warum bekommt jemand anders mehr als ich? Warum kann ich nicht all das haben? Warum bekomme ich nicht die Aufmerksamkeit, die ich verdient habe, damit, dass ich nichts dafür getan habe? Das muss man sich mal gegenüberstellen. Der eine Kerl hat richtig viel geleistet und daneben steht die Frau, die nichts geleistet hat und ihm die ganze Zeit vorwirft, böse zu sein. Die ganze Zeit, weil sie nicht das bekommt, was sie will. Dann frage ich mich allerdings, ist der vielleicht zu naiv? Wieso will er dieser Gesellschaft überhaupt helfen, glücklich zu sein, wenn sie das von sich aus nicht kann? Das ist nämlich wichtig, wir müssen selber lernen, glücklich zu sein. Diese Tanja muss lernen, glücklich zu sein. Richtig glücklich. Und nicht zu glauben, dass sie irgendwas verdient hätte und sie wird glücklich sein, wenn sie all das von anderen bekommen hat. was sie glücklich macht. Das ist Unsinn. Wir müssen selber an uns arbeiten, dass wir dieses Glück finden. Das kriegen wir nicht von anderen geschenkt. Das steht uns auch nicht zu, das ständig von anderen geschenkt zu bekommen. Und irgendwann sind andere davon genervt. Und da finde ich jetzt, dass diese Tanja einfach in ihrem eigenen Unglück, in ihrem selbstgemachten Unglück festsitzt. Und sie einfach nicht versteht, dass sie nur selber da rauskommt. Und sie selber was für sich tun müsste. Anstatt immer nur anderen dafür die Schuld zu geben. Ich kann mich da natürlich vertun. Ich kann über das reden, was ich auch in der Sendung gesehen habe. Die war natürlich geschnitten. Aber das, was ich gesehen habe, war, dass eine junge Frau, die nichts dafür getan hat, dass sie da steht, außer von anderen dahin gehievt zu werden. Jetzt nicht wegen, sie wurde halt auf dieses Podest erhoben, dass sie jemand ist. Während neben ihr ein Arzt sitzt, der in all dem gearbeitet hat, um da zu stehen. Und sie redet ihm ständig über den Mund. Sie wirft ihm ständig irgendwas vor, ohne dass sie selber das nötige Fachwissen hat, das Verständnis oder selbst das Glück gefunden hat, das er gefunden hat. Sie hat selber nicht die Reflexion erreicht, die er erreicht hat. Dieser junge Mann ist einfach extrem glücklich. Und hat dafür was getan. Und das kriegt man so nicht geschenkt. Das kann ihm auch keiner nehmen, weil er sich das selbst erarbeitet hat. Das kommt von ihm selber. Es ist intrinsisch. Sein Glück kommt aus ihm heraus. Seine Motivation kommt aus ihm heraus. Hat ihm keine gegeben, kann ihm keiner nehmen. Das ist wahres Glück. So. Und das findet man nicht, wenn man versucht, den Hashtag an sich zu reißen. Das soll es gewesen sein. Macht's gut. Ciao, bye, bye. Euer Gonzo.